So, und ich bin jetzt mega gespannt, mit euch den Live-Taste-Test zu machen. Denn ich muss gestehen, ich mag Pesto nicht. Deswegen dann noch in vegan. Ich bin richtig gespannt, auch vor allem, wie der vegane Hürdenkäse schmeckt. Hat auf jeden Fall eine sehr gute Konsistenz. Aber es riecht halt nicht ganz so gut, muss ich sagen, weil ich mag diesen Ziegengeruch. Also ich mag Hürdenkäse, aber nicht Ziegenkäse. Ich probiere jetzt mal ein Stück. Also die Konsistenz ist top. Die ist echt gelungen. Aber ich muss sagen, Marinade super. Aber es hat halt einen sehr Ziegenkäse mäßigen Geschmack. Also für alle, die Ziegenkäse mögen, wird das super sein. Aber ich muss gestehen, in meinem Fall ist es jetzt nicht. Ich würde dem 6 von 10 geben. Also die Konsistenz ist, wie gesagt, top. Aber es ist nicht ganz mein Geschmack. Dafür aber die Gnocchi. Also die Gnocchi.